Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen Sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, wenn er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch. Denn Sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe mir eine Sorge gehört, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinaus zu bringen. Ich habe mir eine Sorge gehört.